Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim ich bin dran wir haben immer noch den Hund und was müssen wir eigentlich tun? Ach die Rufel-Axe mit Arbas Nein wir wollten doch da so im Kreis gehen auf der Karte erinnerst du dich? Disproving Honor von... Achso nicht nicht da oben hin ach so, ah ich... oder? Ahja oh man spiel's einfach nur einmal in der Woche und davon auch nur zweimal das ist echt blöd äh, sollen alle so gut da hin für die Companion-Dinger also um, weißt du, schon Mitglied zu werden dann irgendwie darauf wird's oh ja, und jetzt haben wir die ganze Zeit den Hund dabei ja genau, das wird sehr amüsant das kann ja wuffig werden aber er schubst dich grad nicht ja, so, aber welches ist jetzt wahrscheinlich das rechtere, oder? das rechtere von beiden das rechtere das rechtere ja, dann... wer bist denn du eigentlich? Fort Greymoor? ach so, ja, da war ich schon mal oh, guck dir die Aussicht an mhm, 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 mhm du, 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 du du, du, du findest jetzt das Regner an? naja also wir müssen auch mal schauen, dass wir irgendwie gleichmäßig laut reden, weil wegen mikrofon, sonst ist das ein bisschen blöd gleichmäßig laut nein nein da unten ist ein geradeaus waaat genau ja, da hast du auch Angst naja, ui mit denen brauchen wir uns echt nicht anlegen mit den riesenviechern das habe ich mal gemacht, wo ich alleine gespielt habe oh, nein nein, nein, nein ist gescheitert keine gute Idee ich meine, die sind nicht schnell, die kriegt man vielleicht hin, aber oh, da ist auch noch ein riesen Mammut krass money wo ist it? an der Tigger oh, bist'n du? nein, gut noch zu lustige Geräusche äh, läuft die Uhr schon? nein tut sie jetzt, aber da links das bewegt sich ja, stimmt was bist du? was bist denn du? eine Höhle? was? Retreat? What can I make here? ach, warte mal vielleicht ist da unten irgendwo eine Höhle da Tür ah eine ist Tür ähm kann man mal gucken, ne? ja, wir schauen mal, wer daheim ist und? er schubst dich, ist das geil pscht sag mal leise der hört auf dich er braucht schon vorsichtig nicht aber ich riskier das jetzt mal nein all right then we'll get together later so links ja halt die Fresse bitte ich like die wenn du Fresse haltest zack, zack dir ist bewusst, dass das Auge groß ist, weil dich der Hund verfolgt ey, ich hab gesagt, du sollst hocken bleiben, du dummes Viech die fressen sich die fressen sich der hilft dir ja, es hat jetzt funktioniert zufälligerweise, aber bleib sitzen ach, vielleicht hörst du nicht sein gewurfen, sondern das der anderen ja, wieso macht der ey, ey, ey so, genau, geh weg aber vielleicht hat der den anderen Hund gerochen, oder so irgendwas halt schauen wir doch mal, wer sitzt da ich hör was da hab ich auch schon einen gesehen headshot nice und doppelter Schaden ach so, weil, weil schleichen nice so, wie öfterst du mal schlumpf, mal schlumpf mal schlumpf sag mal, falls merken sag mal, falls merken sag mal, falls merken nimm das Rad mit dann musst du es nicht noch mal füllen aber, aber ich will ja da ein Rad drehen ey ey das brauchen wir nicht wir wollen uns hier nicht betrinken wer soll ich freund oder feiern ja, du bist ein Paket du bist auf jeden Fall Feind egal gold Pfeile nehmen wir mit mh 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 Ich muss schon sehen. Ist der Bandit schief. Ich weiß nicht. Ich hab die Heidung, oder? Ja. Woher geh ich denn hier fest? Verachsgeflixt? Er ist gleich tot. Blablab. Bis gleich. Jetzt. Ja, ist tot. Der hat mich gebritzelt. Das hat man schon mal Hund. Bleib mal hier. Okay. Vorsicht, Hund kommt. Der hat geschnüffelt. Schön, dass der andere Hund ist. Echt jetzt. Boah, der... Der hat ja richtig aufgeräumt, ey. Vielleicht sollst du ihn doch mitnehmen. Ja, aber am Ende stirbt er mir noch. Ach so, kann... hat er... Hat er, kann er, ich weiß es nicht. Dann speicher halt regelmäßig. So wie jetzt. Ja, mach ich gleich. So. Guck. So, ich soll's vielleicht auch... Mitnehmen. Äh... Äh... E... Verflucht. Rechts. Stop. Stop. Am Tisch. Ach so, ja. Geld. Falle. Geh noch. Ja, warte mal. Vielleicht... Ich probiere mal was. Wo ist er denn? Der wartet jetzt natürlich oben. Mach mal was. Was ist denn die Wände? Ja, ich dachte schon, das ist bloß hier bei mir. Nein. Okay, komm. Leid den Weg! Ja, mach dich. Komm schon. Komm, komm. Ich glaube, wir beschleichen überhaupt nicht. Doch. Versuch's. Ja, jetzt auf jeden Fall. Warte mal. Dann lieber gleich nochmal einen. Lass den Hund vor. Du hängst wieder... Du hängst wieder tot? Ähm, ja. Aber wenn wir schon mal hier sind... Äh... I need a drink. Der haut ganz schön zugesack. Ja. Heil dich. Ähm, ich weiß nicht, was der jetzt mit uns macht. Mit dich töten. Das könnte gut sein. Ich hoffe mal, das lässt sich noch verhindern. Nein. Hauptsache, wir sind ein Level ab. Dammit. Blöder Sack. Also theoretisch könnte man den packen. Aber da ist es einfach zu eng irgendwie. Ja, du müsstest den quasi... Äh, d... 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 um ... mh. Anhauen und... den hund vorlassen ja hast du recht das ist ein du schönes lockt mit 75 auf jeden mal verklickt und noch mal was soll das richtige der will holz zu holten Dummer Hund. Das werden wir schon sehen. Okay, du hast uns geholfen und du warst im Weg. Hör wieder auf, komm, hör auf, hör auf. Ah, ja so einfach ganz hohe, das ist unser, oh. Oh, oh. Ja, hier, schau. Schau, schau, die Drecksau. Wo hast du das her, du Sack? Mach schon. Sind links noch mehr oder mach schon? Mach schon. Mach schon. Activate. Die sind nicht verschlossen? Gar nicht. Oh, cool. Trashier Map. Okay. Eine Trashier Map. Ich hab gesagt, du sollst wegbleiben. Der Mark aber an deinem... Oh, wir sind zu dick. Wieso sind wir zu dick? Weil das Zeug alles voll schwer war. Weil wir zu dick sind. Hm, ja. Ach, wir haben ja immer noch den. Den Ring, da kommen wir irgendwie nicht dazu. So, warte mal, was sind jetzt solche Kinderspielzeug? Ja, du bist Kinderspielzeug, ganz klar. Jetzt können wir wieder laufen. Äh, wir müssen noch mal reisen. Ja, aber können wir nicht erst dahin gehen, wo wir hin müssen, um dann da wieder hinreisen zu können? Mit ein bisschen Glück haben wir jetzt hier einen Schnellreisepunkt, weil wir die Location haben. Kannst du... Das bin's gern. Wenn wir da sind. Da sind wir. Schau, das ist doch nicht mal weit. Jaaaa... Aber wir könnten jetzt auch natürlich jetzt reisen, dann... Da wieder hinreisen. Ja, wir haben doch hier Schnellreise jetzt. Dann hättest du das jetzt auch nicht wegschmeißen müssen. Wie ist's? Kucken, spitt. Das kann ich jetzt machen. Essen kochen? Ja, ja. Ach so. Ja, okay. Kochen halt. So wichtig ist das jetzt auch nicht. Essen? Nein. Das hast du grad hingeschmissen. Das hab ich grad hingeschmissen. Das hab ich grad hingeschmissen. Ich mach schon längst hinter dir. Vor dir. Überall. Aaaaah! Ich... Ich seh nur noch Farben. Das ist leer. Ja, das hab ich zu spät gesehen. Ah, dieses Ding da. Ähm, wo ist mein Hundi? Ich mach schon ums. Oh, das sah aus wie Steinpilze. Jetzt haben wir den potionsstamina. Nimm mal mit. Äh, nein. Wir brauchen auch nicht. Okay, und? 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 Vielleicht am Anfang vom Dungeon? Kannst du nicht ohne mich einfach wieder zurückgehen? Warum nicht? Vielleicht kann man es ja auch. Du solltest nicht das, oder? Ah, hier bist du. Leid den Weg! Dero kannst du einen lassen. Ja cool, haben wir einfach mal irgendein Dunschen aufgeräumt. So, dann wollen wir doch nochmal schnell fortgehen. Valtron? Nein, ach, überall kann man mit... Nein, das ist auch falsch. Linker Maustaste, die Karte ziehen. Ja, nur hier nicht. Valtron hat er, genau. Ja, genau. Nur hier nicht. Ja, noch mal, noch mal. Oh, ohne Dunkel, ohne Dunkel. Ja, jetzt ist natürlich auch keiner da. Ja, jetzt musst du... Self Sleep. Neun Uhr. Warte. Oh, nur morgen. Zehn Stimmchen. Heiabetty, heiabetty, heiabetty. Tieren da ist. Die letzte Saat. Das ist eine komische Zeitgarten. Ernsthaft. Au! Nein! Bin immer noch nett. Ne, ne Stunde ist schon. Ja, ne Stunde ist auch reichen. Mach mal da erst um acht auf. Ja, Mensch. Wir haben hier ein paar gute Pfeife, wenn du siehst. Ja, ja. Kannst du sich schützen oder schützen etwas Schmerzen? Beides. Beides. So, guck mal mal. Äh... So. Bandit Iron Shield. Warte mal, machen wir mal so. Ganz gemütlich. Bogen... Das da... Ne, das haben wir... Das benutzen wir grad. Das kannst du mal haben. Die brauchen wir auch. So, die Daggers. Die benutzen wir auch. Auf dem Pfeil. Okay, passt. So, immer noch Schild. Ja, Schild. Wir haben die Rüstung 14, aber es ist schwere Rüstung. Okay, das lassen wir erst mal. Dann brauchen wir das auch nicht. Aber Schild kann man doch benutzen. Ja, aber es ist auch schwere Rüstung. Und wenn... Jawoll! Ich schon wieder. Ich lasse den. Ich hebe den für dich auf. Kannst du da machen. Nein, mach mal. Das ist doch rein. 53 Länderbund. Achso, wir haben dieses Teil auf. An. Und... Achten. 3... Oh. Ja, aber das macht halt... Ja, genau. Ich meine, da können wir das ja verkaufen. Weil... Ja. Das wolltest du aber irgendwie aufheben. Ja. Ich weiß auch nicht. Das ist ja nur minimal Schwäche. Und den Rest nimmst du nicht, ne? Daraus bauen wir noch schnell was. Warte mal, du hast doch eine... Ähm... Ne, 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 ne. Karte... Achso, ja, oh, ja. Tresher Map aufgehoben. Äh... Ja, kann ich nicht tun. Ja. Okay, dann, ähm... Ja, ja, wow, wow. Ich hab verstanden. Du bist da. So, Tresher Map. Vier. Äh... Okay, irgendwo Windmühle. Links ein Berg nach oben. Und dann irgendwo kurz vorne im Abkamm. W... Widerun. Ah, das muss dann hier irgendwo sein. Ja, tatsächlich. Hätte ich mal gesagt. Hm. Oder man geht eben an dem roten Kreuz da, Entschuldigung, an dem da in eine Höhle rein und kommt dann eben auf der anderen Seite da raus und muss zur Windmühle. Könnte auch sein. Auf jeden Fall geht's von der Windmühle aus los. Wo dahin? Haben wir noch irgendwelchen Kram? 194. Sag mal, was haben wir denn noch alles einschnitten? Ich guck. Oh, yummy. Das hab ich jetzt gegessen hat. Leck, geil. Gäh. Kreaturen... Wollen wir für 60 Sekunden. Ach, das verkaufen wir lieber, oder? Ja. Geld. Und... Haltrenkel. Ja. Toll auch mal schnell. Kaufen. Zack, 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 zack. Miao. Ja, 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 ja. Mir geht's gut. Immer noch. Immer noch. Ähm, Tüner. Das... Nein, die mag das nicht. Müssen wir irgendwo anders kaufen. Tja. Arcadia. Ist das wie Arcadia aus Dingsda? Was händst du jetzt? Was händst du jetzt? LoL. Resist Fire, Resist Cold, weiß ich nicht, ob wir das jetzt alles schon brauchen. Defender, Warrior, was können wir denn machen? Eine Minute lang mehr austeilen. Hm. Oh, das ist mal zu teuer. Mhm. Water Breathing... Weak Poisy Homes. Ach so, Poisy Homes. Haben wir Poisy Homes? Das können wir vielleicht auch mal nutzen. Magica, Stamina... Ultimate Magik. Das müssen wir einfach trinken, weil das... Das bringt so wenig Geld. Aber aus Prinzip machen zum Betrinken. Magica Poison? Ja, das werden wir mal gegen den Zauberer oder so antanzen dann. Mhm. Gegen Mischding. Ja. So, schauen wir mal, kann man hier vielleicht von aus Maschum irgendwas... Brauen, was uns hilft? Ja, schau mal her. Plüsterwort. Ein Bit. Ja. Da hab ich nur ein... Ich hab aber so viele Maschums aufgehoben. Ja, Plüsterwort ist ja keine Maschum. Das hat aber so ausgeschaut. Wo sind Sie? Ja. Warte mal. Warte mal. Du siehst lieber... Schau mal. Das ist nur mein Make-up. Mensch. Äh... Ja. Das ist aber... Das ist aber... Das ist aber... So ein... Brauen. Halterin gebrauen gedacht. Ja, jetzt hab ich halt das amal, was ich weiß, da war. Schaut, das geht jetzt genau auf. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Es kann hier irgendwie beibringen, die Klappe zu halten. Heiß. Ach, hier. Es ist aber umständlich, zu der hin zu kommen und rauszukommen. Ich glaub, da gäbe es noch eine andere Tür. Ja, statt. Von hinten raus. Komm mal, nimmst du hier diese komischen Schriftrollen? Ach. Ja, ich bin einfach nach dem Marker gegangen. Warum hat der Rutsch schon wieder vor uns? Alles kann. Das ist schön für dich. So, kaufst du... Nein, er mag das auch nicht haben. Ach so. Ist das nicht? Falsch. So, nimm. Genau. Was hat er uns jetzt dafür gegeben? Was ich natürlich auch nicht. Hast du zufällig... Nehmen wir mal mit. Was lustig ist. Oh. Nein. Nein, wozu? Weil man wirklich krank werden kann. Und vergiftet und so. Echt jetzt? Ja. Oh. Sicher, sicher. Lieber haben wir es mal da. Du kommst zurück. Ne. Wie er schon gesagt hat. Du kommst zurück. Okay, dann wollen wir hier mal wieder schnell nach... Schnibbelwipp. Schnibbelwipp. Ja, ich klar. Ich nehme Liebe. Schnibbelwipp. Der Hund schubst dich. Das ist so niedlich. Schneller, schneller, schneller. Also, das muss man wieder selber machen. Was ist überhaupt angewaffnet? Ja. Ach, Mensch, wir draußen spazieren, ne? Apropos spazieren, ne? So, wir haben jetzt nicht gewettert. Ne? Hund. Was? Ich hoffe, ich kann der Hund nicht sterben. Oh mein, wo haben wir denn den Scheiß? Sieben. Wir tun das auf die Sieben. Die Musik ist cool. Ja. Ich meine, es passt voll. Und? Der, der da rechts. Kantinär. Der, der, der hat kein Problem, noch mal auf den Drachen zuzurennen. Das finde ich nett. So, das ist doch alles. Ziemann. Ich krieg dich, du Sack. Bevor dich der Hund kriegt. Der Hund ist schneller. Das ist auch ein bisschen. Bei ihm schaut es cooler aus, Mann. Ja, ist es. Ein, 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 ein. Schnell. Auf, Mädel. Und? Mach ihm platt. Das ist kein Maler. Ich weiß sie. Komm schon. Ich mache noch nicht so. Wenn du schlitzen würdest, würde es schneller gehen. Wirklich? Ich trau mich noch dran, so lange es funktioniert. Evertoucher Running System. Das ist schon lange, so, jetzt bist du für eine Feige Nuss. Okay, ich sollte sie erst mal nicht zappen halten. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ah, ich kann nicht schnell rennen. Blöd. Was fliegt dem Daumen? Schmetterlinge. Was hast du gerade echt? Hab dich. Ja, was will ich machen? Ich meine, wie lange er da hier durch die Gegend fliegt. Oh, flottert und flottert. Hab dich Lust auch zu schürfen, ne, ge, ge. Ich mach doch mal wirklich hier ein. Jetzt kommt er hier einfach so ein Drachen hin. Ja, jetzt fixen. Lande. Oh, dann lande halt nicht. Ja, danke so. Warte mal. Haben wir hier nicht irgendwie so auch ordentliche... Ja, schau, wo war hier zwölf, nehmen wir die? Ja, wir haben nur 23 davon. Das ist ein Drache. Ich glaube, der ist es wert. Aber schau mal, du hättest da noch Sachen zu verkaufen gehabt. Stuff of Flames und Furie. So, das ist jetzt gerade lame, aber... Arschkacke! Mensch! Das ist ja mal ein lamer Drachenkampf gerade echt. Hm. Gleich spuckt er sich an. Aha! Wo ist der Hund? Ich weiß es nicht. Das ist immer eine Pfeile. Der hat mir getan. Der auch. Da sind noch Menschen. Sehr gut. Ja, die Frage ist, ob die dann deine Feinde sind. Das ist mir wurscht. Hauptsache, die kämpfen mit dem Ding. Aber drüber. Ah, komm schon. Gleich bis du tot bist. Und da ist auch nur noch dein Hund. Blitz ihn. Ich hab so bratzige Finger. Nein. Jetzt kannst du noch blitzdingsen. Der ist doch gleich tot, Mann. Gott, verdammt. Gott, verdammt. No, sing. No, sing. Scheiße, haben sie ihn umgebracht. Scheiße. Ja, du bist doch guter, ne? Ja, komm, jetzt kannst du aufhören. Schubsen. Der brennt. Ja, deine Seele gehört mir. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist Mortal Kombat, Mann. Alles? Ach, und du bist immer noch Level Up. Mach endlich den Level Up. Den lass ich dir jetzt machen. Nein, jetzt mach den halt. Ist doch egal, mach den. Mach den Scheiße Level Up. Nee, nee, nee. Komm, den darfst du jetzt machen. Ja, aber es wäre doch gut, wenn man ein bisschen mehr Leben hätte. Ja, das darfst du jetzt dann gleich machen. Das dauert aber noch. Ne, wir haben ja ein paar Minuten. Übergezogen, unterzogen. Egal, das sind Menschen. Das sind Menschen. Heidi Ho. Ach, das ist dein Buddy, den du... Ach, das ist meine Schildschwester. Deine Schildschwester. Servus. Ja, perfekt. Ach, dann hat deine Schildschwester gerade mitgekämpft. Ja. Mit diesem Bild sage ich Tschöne und bis gleich. Ha.